Hey Pizza-Apfel, hast du eigentlich schon gewusst, dass man sterben kann, wenn man ein Buch liest? Ach was. Tot. Hast du eigentlich schon gewusst, dass Fernseher schlecht für die Augen sind? Nee, kann doch nicht sein. Es brennt! Hast du eigentlich schon gewusst, dass Buchrechnen nervig ist? Alter, was laberst du? Nein, das macht eineinhalb. Nimm das!